Mein dritter Geschenktipp für euch, eine Kombination aus unserem wunderbaren fraktionierten Kokosöl, fraktioniert, es ist immer flüssig und es ist völlig geruchsneutral, aber großartig für die Haut, kombiniert mit einem sehr, sehr schönen Öl, zum Beispiel, also man kann es mit allen Ölen kombinieren, aber zum Beispiel mit Citrus Bliss. Citrus Bliss ist eine Ölmischung, die enthält ganz viele unterschiedliche Citrusöle und einen Hauch Vanille und ist so köstlich und macht unweigerlich gute Laune. Citrus Bliss gibt es ohne Vorzugskundenkonto für 31,67 Euro und mit für 23,75 Euro. Das Kokosöl gibt es ohne Kundenkonto für 22,33 Euro, mit Kundenkonto für 16,75 Euro und man kann das fraktionierte Kokosöl im Übrigen auch ganz toll mischen mit Lavendel oder kombinieren mit Lavendelöl. Und das ist zum Beispiel auch ganz toll geeignet für Babymassagen. Also da gibt es auch eine ganz tolle Anleitung dazu, wenn ihr mögt. Die beiden in Kombination auch großartig. Das Lavendelöl ohne Kundenkonto sind 30,67 Euro und mit Kundenkonto 23 Euro. Das war mein Tipp.